Finale, oh oh, Finale, oh oh oh, toller Gesang zum Abschluss der Republika. Der letzte Tag bricht an und ich bin gespannt, was es heute noch alles zu besprechen gibt. Mal gucken. Ich bin jetzt nicht hier, um im Internet zu surfen oder auf Facebook zu Facebooken, sondern ich bin hier, um mit den Leuten zu reden, die man das ganze Jahr über so liest und mit denen das eine oder andere Bierchen zu trinken und ein paar Hände zu schütteln und so. 5.000 Menschen, viele, viele bekannte Gesichter, ein gigantisches Klassentreffen. Also von daher, ich freue mich aufs nächste Jahr. Die Republika wächst exponentiell. Das heißt, in zwei Jahren wird sie so groß sein wie Berlin, in drei Jahren wird sie so groß sein wie Europa und in vier Jahren wird sie die ganze Erde besiedelt haben. Wichtig ist halt, dass der Kaffeeausstand mittrifft. Ich bin bei der Republika dieses Jahr fast wunschlos glücklich. Auch mit dem Wetter, dass es nicht besser hätte sein können. Für das nächste Jahr wünsche ich mir das, was ich im Vortrag zumindest versucht habe rüberzubringen, dass noch mehr Leute noch mehr machen. Viele kleine Projekte aufs Internet setzen, ausprobieren, experimentieren und versuchen dadurch tatsächlich etwas zu verändern. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie genau diese Projekte aussehen, die wirklich etwas verändern können, aber ich weiß, dass wir sie brauchen. Was das Internet ist, ist das nervöste System des 21. Jahrhunderts, wo alles, was wir heute tun tun, betrifft das Internet und alles, was wir morgen tun tun, wird es benötigt. Wir wollen also wissen, was Ausstrahlung gemacht hat, kann ich euch gerne erzählen. Ich habe hier lange genug, um die Begriffe zu bekommen, aber ja, meine Leute, würde ich sagen. Dein Kind der Leute? Meine Kind der Leute, ja. Top Tweet war dieser hier. Sorry, aber so geht das nicht weiter. RP-13-Treats sind ab jetzt nur noch in Berlin sichtbar, außer sie buchen ein Reichweiten-Zusatzpaket. Und jetzt los, treten, tanzen, feiern. So, das war's mit dem letzten Tag der Republika 2013. Ich stehe jetzt hier in der Bar und es ist alles leer. Es ist alles abgegrast, weil ich die ganze Zeit unterwegs war. Ich bin zu spät, nichts zu trinken mehr für mich. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr hier wieder und dann werde ich auch pünktlich in der Bar sein. Bis dann, auf Wiedersehen. Tschüss. Lied-Mate haben wir nicht, weil vielen schmeckt sie. Mir persönlich hat sie nicht so ganz gut geschmeckt, aber kann man trotzdem empfehlen. Ist also höhere Mathematik? Ja, wir... Ah, den war ein Knaller, den habe ich jetzt von langer Hand vorbereitet. Ja.